was geht abkommens das ist bei browser gaming mit einem weiteren part von resident evo 2 remake ja ich habe ja der letzten hatte ich ja noch letzten aufgenommen hatte ich ja noch hier so wie heißen so dieses ein turmstecker hatte ich aufgenommen und ich glaube ich sollte mir auch ein messer vielleicht mitnehmen einfach nur damit ich ein bisschen verteidigung habe im kampf messer mit da habe ich ein bisschen war dann verteidigung so perfekt gut jetzt müssen wir mal gucken ein turmstecker müssen auf jeden fall noch mit irgendwo ein tun weil hier steht ja ich bin mir ziemlich sicher dass turm und springer an derselben wand sind und läufer und damen nicht nebeneinander okay das haben wir trommels springer an der gleiche waren die jetzt brauchen wir noch zwei dinger dann haben wir dann sollte man mal gucken wo man hier noch lang können hier haben wir noch aufsammeln können hier haben wir noch irgendwas und wir können angeblich ja gut die geht die gegen stunde ja aber bringt uns das bringt uns sagt wenn man wenn man da ist haben video recorder ja gut dann würde ich mal sagen gehen wir meinen oberen kanal noch mal hier habe ich doch die schlüsse für ja 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 endlich mal auch lange wird er denn nicht gut und der typ ist hier aufgestanden natürlich auch sehr gut ah ok mal gucken was haben wir denn hier oh gottse danke munition kann man wieder ein bisschen wechseln ja das kann man wegschieben auch interessant wenn die schranke aufmachen hier gibt es nichts mehr weiter hey dann wollen wir den noch mal rufen mal gucken wo er auf was das da hinführt ich habe mal sehr gespannt okay auch hier haben wir die munition haben wir ein bisschen nachgeladen komm mal naja da ging es ja wieder glaube ich zurück so wie ich weiß oder ging es aber wieder zurück in in das haus ja in das gebäude genau da ging naja jetzt kann ich das ja was man ja 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 ich bin ja mal gespannt oh jetzt komme ich hier zurück in das police department sehr gut natürlich sehr gut da kann ich ja weg machen ok dann nehme ich mir aber noch hochwertiges kraut und macht daraus ein bisschen wo haben wir wo fehlt hier ist graußer dann kombinieren wir das namen wenigstens bisschen harmonie und wieder perfekt hat hier kein weg und dann speichern sehr gut er ist tot dachte ich mir schon du kommst nicht mehr zurück das ist schon mal definitiv so haben wir nichts waren wir müssen auch wieder die ruhe haben auf der seite scheint noch irgendwo zu sein angeblich laut dem ganzen hier soll hier angeblich noch was sein aber was ich habe den so habe ich doch aufgemacht hat ist hier noch was ich vergessen habe hier mit munition gut 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 habe ich ja noch einen schlüssel ich habe ja noch einen kleinen schlüssel schließfach terminal ja genau da muss ich schon geben aber dort durch den shortcut geben aber so sagen ja kommt klar stell dich schnell an okay ich bin jetzt erst mal hier drin weil hier nämlich ein dick aber den können wir jetzt benutzen perfekt das können wir uns auch die ganzen gegenstände holen 103 können wir uns holen und 203 können wir uns wollen wenn da war drin ist 103 und 203 kommen wir uns jetzt wollen dann passt die ganze sache 100 103 und natürlich 203 perfekt wie viel platz man da bekommt zweimal messer passt ja jetzt haben wir ja auch alles gelootet allerdings habe ich hier hinten haben wir noch immer noch einen raum den ich gern noch mal rein möchte oben haben wir bestimmt auch neuer eine bibliothek haben wir noch was hier haben wir noch was okay die cm die sie mal gucken was ich da drin befindet ja okay wenigstens etwas nach lademution was auch hier der tod fände 1 7 1 7 3 1 7 3 da Ah, sehr gut. Haben wir ihn hier. Haben wir ihn da. Ah, eine mit Laserpointer. Uh, okay. Cool. Cool, cool, cool. Dann kommen wir hier in die Tiefe, aber ich wieder runter. Ja, passt doch. Haben wir jetzt noch eine schöne neue Waffe. Einfach so? Ah, okay. Perfekt. Schaltdämpfer. Wie die Queue. Ist das die Tiefe hier? Oder? Kombinieren. Ah, hierfür. Cool. Sag mal, ein Ding mit Schallwerfer, äh, Schalldämpfer. Natürlich nicht schlecht. Super, ich nehme da mit, um ihn wegzuschmeißen. Super. Naja, ist ja egal. Hm. Z-F ist, äh, S-Z-F. S-Z-F ist eines der Codewörter, garantiert. S-Z-F. Muss ich mal gucken. Welches von denen das ist? S-Z-F. Mal gucken. Ist das hier das hier? S-Z-F. S-Z-F. Hier haben wir schon mal eins drauf. Für Munition. Super. Gar nicht am, am freuen. Ich dachte, hier gibt's, hier gibt's, hier gibt's, hier gibt's irgendwas weiteres. Aber anscheinend, äh, ne. Anscheinend hat. Ah, hier müssen wir noch einen. Sehr gut. Ach, endlich. Wie lange wird der denn nicht gut? Was haben wir denn hier? Sehr gut. Und das war's. Wie in der Scheiße bin ich jetzt da reingegangen. Hm, na, super. Wahrscheinlich die Runde noch muss, oder? Denk mal. Ich runde. Yeah. Wird wahrscheinlich richtig weg sein, denke ich mal. Äh, ja. Kann man durchaus so sagen. Ah, shit. Wo ist dieses Vieh? Ich dachte, ich hätte getötet. Hier ist auf jeden Fall noch was. Sollte auf jeden Fall auf der Hut bleiben. Ich sollte auf der Hut bleiben, definitiv. Okay. Wo haben wir denn hier noch was? Ich bin hier alles am durchschauen, aber ich finde hier nix. Denk mal, da muss ich dann hier hoch. Ja. Hier wird noch mal was sein. Oh. Ich bin hier. Ich bin hier. Ah, wo? Ähm. Speckst du, glaube ich, lieber die Munition? Ah, da bist du. Ich seh dich. Wo bist du? Da, Bester. Okay, schieß dich einfach mal an. Damit du mir das Auge öffnest. Oh, komm hier. Verdammt. Ja. Ich muss jetzt aber leider an dich vorbei, weil ich hier keine Lust habe, weiß wie lange dran zu hängen. Oh, oh. So, 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 so. Schnell, schnell, schnell. Wow. Das gibt keinen Sinn darin, das kannst du so machen. Nein, da ist kein Sinn darin, die ganz Neule da zu bekämpfen. Gucken. Oh, gesund. Perfekt. Oh, Mann. Hm, jetzt habe ich aber die Sachen damit. So, eigentlich, die brauche ich wahrscheinlich so. Ah, ein Elektro. Eine Elektrowaffe. Ja. Okay, Moment. So, jetzt bin ich wieder in diesem Gegenstand, dieser Gegend. Und ja. Ich habe so ein bisschen Schaden genommen. Turm baue ich hier. Nein, falsch. Ich baue das hier. Auch nicht richtig. Hätte sie. Mal mal. Ah, das wird der King Black sein, denke ich mal. Richtig? Dame. Jawohl. Das ist klar. Ähm. Haben wir hier. Blau. Blau. Blau Scout. Okay. Green. Dame. Nein, das ist klar. Ja, dann hier muss ein König rein. Den haben wir aber nicht. Den haben wir nicht. Okay. Wir haben hier. Hier haben wir den König. Okay. König, genau. Damit hätten wir dann alle sechs. Das würde uns schon mal weiterhelfen. Wow. Na super. Na super. Bleib liegen, ey. Toll. König. Schon wieder am Aufstehen. Das gibt doch nicht. Könntest du jetzt einfach mal liegen bleiben? Da würde mir sehr taugen. Okay, Metallhaken. Ziel, Strom, gesteckt sind. Okay. Dann kommt die Dame, kommt jetzt hier rein. Und der König kommt hier rein. So, und nehmen wir das mit. Und dann können wir hier, das hier, kommt man auch noch praktisch auch gerne mitnehmen. So, perfekt. Und jetzt kann ich praktisch wieder zurück. Oh, nein, nein. Das überlebe ich doch nicht. Das überlebe ich nicht. Das überlebe ich nicht. Hier, zurück in die, zu dem Viechermoss. Das überlebe ich nicht. Hier, zurück. Okay. Okay. Das war aber jetzt eine knappe Sache. Das war echt eine knappe Sache, ey. Meine Güte, ey. Was war das? Eine knappe Sache. Meine Güte, ey. Perfekt, ey. Jetzt schön ein Heilungsding nehmen und dann passt die Sache, ey. Oh Mann, ey. Dann passt das Ganze. Puh. So. Perfekt. Oh. Lange wird, wird endlich gut. Dann nehmen wir hier ein gewisses Kraut. Damit haben wir uns auch direkt. So. Und speichern. So, hier ist der Springer rein. Was ist das? Läufer? Ja! Oh. Hat... Lange wird. Wird endlich gut. Wie oft habe ich das jetzt schon gesagt? Ja. Perfekt. Ich behalte hier die Waffe mal. Oh. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Haben wir hier? Blaus Kraut. Nimm mal. Hier haben wir ein rote, äh, blaues, äh, grünes. Und hier ist irgendwo eine Tür. Ah, hier. Können wir was aufmachen. Ja. Sehr wahrscheinlich sogar. Okay. Hier ist ja irgendwo eine bestimmte Anleitung. So wie ich die Leute kenne. So hier irgendwo eine Anleitung. Das Ganze. Gebot. Nicht? Hm. Ja, komisch. Ja, komisch. Guck mal in dieser Tür. Was sich da drin befindet. Gar nichts zu. Und da kann man ja sein, okay. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wo man hier einfach alle Knöpfel drücken soll. Ah, ein bisschen umprobieren und schon klappt das Ganze. Ja, in der Tat. Scheiße. Das kann man definitiv so sagen. Wow, 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 wow. Ich meine hier nett, äh, nett zu. Ah, ich, Feuerfang, äh, äh, Cherry wollte ich schon sagen. Oh, wow. Ah, ja. Mal hier ein bisschen. Einようett. Ja, hätte ich aufwissen müssen. So. Wow. Ah. Ah. Hä? Ich habe eine Überraschung. So, komm her. Uh oh. Komm her, komm her, komm her, komm her. Weiß was, ich muss ihn hier mit erwischen, ja. So, ich muss gucken, dass ich den hier... So, einmal. So, jetzt. Jetzt aber. Komm. Komm, 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 komm. Shit. Das Spiel kommt. Es kommt. Uh oh 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 oh. Er hält sich fest. So ein Arsch. Jupp. Bye, bye. Nehmen wir so viel Monizum, ja? Meine Güte. Meine Güte. So. Perfekt. Jetzt kommt er, dass sie aktivieren. Wum. Oh oh. Ihr geht gar nicht gut. Ihr geht gar nicht gut. Schaut er das auch immer an. Was tust du da? Ich will dir helfen. So schlimm war es. Oh je. Ich kann etwas tun. In meinem Labor. Es ist nicht weit. Mami. Das tut es richtig leid. Es ist nicht genug Zeit. Wir leben sind in Gefahr. Sherry. Mami liebt dich, Süße. Lieb wohl. Wie lebt wohl. Ich hoffe, du verarschst mich. Sherry, keine Sorge. Ich hol dir alles, was nötig ist, okay? Wieso tust du das? Weil es richtig ist. Danke, Claire. Ich habe eine eigene Mutter in den Stich gelassen. Nein, nein. Nicht dein Ernst dann. Zum Labor bringen. Ja. Wo es wohl lang geht jetzt zum Labor? Hier lang? Nee. Oh, mal weißt du, oder? Ja, die Seilbahn. Stimmt. Kann ich mit Sherry auf den Armen speichern? Nee, kann ich da. Kann auch nicht mit ihr. Ich bin Sherry. Ich hoffe mal, ich brauche jetzt nicht irgendwie was zum Heilen. Obwohl ihr irgendwie wieder auftaucht oder so. Oh, gut. Ich selber. Oh, mit ihrem Ding kann man rein. Cool. No, legst erstmal da hin. Okay. Da wären wir. Halt einfach durch, Sherry, okay? Dann geht's bald wieder gut. Oh. Schaut euch das Auge mal an. Heftig. Okay. Sollte alles überprüfen. Es gibt kein Zurück. Ah, das heißt, das heißt vom Spiel sozusagen, wenn ich jetzt das hier betätige, dann kann ich nicht mehr zurück. Alles klar. Dankeschön für den Hinweis. Gut, dann werde ich jetzt hier nochmal speichern und dann ein Projekt machen. Weil ich habe jetzt hier echt lange verbracht. Ich habe durch die Gegend geguckt und gesucht. Und ich fand denn nichts. So. Nochmal. Gut, dann würde ich sagen, dann mache ich jetzt hier einfach einen kleinen Break. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann können wir auf der rechten Seite ein Applaus und Daumen nach oben teils befolgt bekannten. Dann sieht man sich beim nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.